Ich kann leider nicht weiter auf ihn schießen, wegen dem Muni. Ja. Okay, das sind einige Leute hier. Ich habe mal deinen Typen da gekillt. Beide dead. Nice. Haben die Waffen? Ich brauche was. Was? Was? Das war mein Kill? Alter, das war dein Kill? Wieso war das mein Kill? Ich dachte, du hast den down geschossen. Ich habe nur noch fünf Schuss in der 5-5-6-Waffe, Mann. Ich bin nicht heute schon wieder gut, Mann. Ja, ich merke. Ich mache später Sub-Games, Mann, und die Subs tun mir so leid. Oh. Was? Hier, Pfeil, Pfeil, hier oben, am Fenster. Aber von unten. Halle, Halle. Oh, shit. Das ist noch einer. Die haben alle Crossbow, oder was? Hat der auch einen Crossbow, oder was? Wahrscheinlich. Hatte der auch einen Crossbow? Ja. Was ist los mit denen, Spoon? Sie haben beide Crossbow gehabt, Mann. Wollen die trollen? Warst du noch einen Vierer? Ich habe noch ein zweites gefunden. Ich habe einen Sphinx. Ah, okay. Hat er schon alles. Oh, hier kommt was. Hier fährt was. Ich glaube, hier kommt gleich was durch. Ne, hinten bei mir fahren die lang. Ich hör's, ich hör's. Oh, der hält an, der Typ. Einer, einer ist bei uns, einer ist bei uns. Einer ausgenockt? Wo ist der andere bei dir? Bei mir auf der Seite, bei mir auf der Seite. Ah, ja, sehe ich. Er ist rein ins Haus. Er ist One-Shot. Ist er hier drin? Okay, ich habe ihn. Ah, ist okay. Oh, fucks, Spoon, ich bin, glaube ich, nocked. Was? Wie, wa? Geh weg. Irgendwo ist hier ein Nate runter. Ja, ey, ich. Ach so. Ich habe den Spind von der Nate gezogen und habe sie wieder hingesteckt. Ich sagte, ich sterbe. Ach so. Der Typ hier hat Loot für dich, ey, als K. Ey, ich guck mal, ich habe hier noch den anderen gekillt. Dachte schon, ich wäre jetzt tot, Mann. Der hat auch eine K98 am Stiesel. Oh. Deine Nachtfach dabei, zufällig. Nee, leider nicht. Ich dachte wirklich eben, ich wäre dead, verdammt. Ja. Ja, weil ich den Nate, ich habe den Stift gezogen und habe sie wieder eingepackt, verdammt. Oh, ich weiß noch, was war hier? Wo wir rausbuchen? Ähm, hinten an der Halle, doch, ja. Hat der mit dem Mini-Hut sie auf dich geschossen? Ich glaube, ja. Hinten bei dir? Er ist ganz hinten beim blauen Container ausgenockt. Nein, ich höre nichts, ich höre nichts eben. Pass auf ein bisschen. Keine Ahnung, wo sein Mate ist. Ja, müssen wir jetzt eigentlich weniger haben. Zumindest, wenn der Pinglock jetzt läuft. Da, bei den Häusern. Pinglock gibt es nicht. Die gibt Gäste mit random Asiaten, spielt ein paar Rounds. Ja, nee, also, die, du wirst dann, also, ich glaube, der ist nicht auf jedem Server aktiv, so wie ich das gelesen habe. Aber der soll testweise schon auf Pass-Servern sein. Ich kann mir vorstellen, auf EU. Ja, ich sehe den 110. Ähm, der hat einen Dreier-Helm leider und eine Dreier-Weste. Und keine Hose. Ist das nicht geht, der? Nee, leider nicht. Jetzt hat er einen Hit. Hat Hit, ja. Einen Hock von den beiden an den Steinen, die Schimpansen sind dead, einer. Okay, der andere ist auch drauf. Oh, Spoonie, Mann. Ey, easy, Bro. Die haben, glaube ich, auf die Leute im Haus geschossen, ne? Hier links von uns, Scheidämpfer 40. Okay, okay. Müssen wir aufpassen, hier haben wir keine Deckung. Hier bin ich schon mega oft draufgegangen. Wegen dieser Pose hier. Na, nächste Zone kommt gleich. Bleiben wir mal ein bisschen so hier. Schauen wir mal, ob noch mal in die Zone läuft von unten. Ich wollte gerade sagen, hier kommt ein Auto. Von den Häusern kommen wir in den Safe-Fächer. Geh mal da her, komm mal. Wir werden safe hochlaufen jetzt gleich. Die haben ja gegen die gefeiert. Mike? Ja, die Häuser da. Werden gleich einige sterben, Mann. Außer bezeichnet Blut. Ich glaube, wir gleich bei den drei haben. Da gleich da über die Kante, da werden gleich nicht hochlaufen. Was ist denn hier los? Hier ist ein Achter. Hier ist noch ein Achter drin. Ja. Wo, wo? Oh shit, muss... Ich hab... Ich kann sie nicht mitnehmen. Hab's, hab's, hab's. In die Zone, Mann. Ja, ich lauf auch lieber rein. Ein Typ ist eben mit dem Bike in die Zone gefahren im Osten. Die beschießen sich da hinten. Ja. Hier haben wir keine Deckung, ne? Wenn wir jetzt hier pushen. Vorne haben wir schon einen Reach, Bro. Dir doch einen. Dead! Da ist Temperament dabei. Press auf eine Assault Rifle für dich. Unten an der Fuckboy-Hütte. Gilly. In der, in der, in der Hütte. An der Fuckboy-Hütte. Hat er nicht bekommen? Oh, der ist da. Oh shit. Pullst du hier ran, oder? Wie ist der Mate? Wahrscheinlich auch da, denk ich mal. Für keine Zeit für Camping-Spielchen in dem Game. Ja, sein Mate ist auch da, Bro. Bei der Hütte, oder was? Hat Hit, ja, ja. Seh ich nicht. Links davon. Sein Gilly-Hit-Typ hat schon wieder Hit. Die müssen so oder so kommen dann. 40 Sekunden noch. Ich hab nicht. Wieso, wieso ging jetzt? Wieso hat meine Waffe jetzt nicht geschossen, Mann? Der hat eben seinen Schädel im Visier. Mein Schuss ging nicht. Der Weiße hat einen Hit. Noch 20 Sekunden. Schießt du gerade? Schallgedäff? Ja, ja. Nee, hinter uns. Einer nockt wieder. Sein, jetzt hab ich keinen. Wir müssen hinter uns aufpassen, ja. Am Stein, am Stein. Ich seh. Äh, 245. Ah, ja, ich seh ihn. Der Rappen fängt hoch. Knockt, oder? Nice. Unten an der Fuckboy ist einer nockt wieder. Wir müssen in die Zone gehen, Spoon. Komm an. Wir werden von der anderen Snipe geschossen. Fuckboy, push jetzt. Ah, der hat irgendwer den Typen ausgelöscht. Komm zu uns, komm hoch, Spoon. Komm an. Wenn du jetzt nockt bist, kann ich dir nicht helfen, Bro. Okay. Ich wollte ihn nur nocken. Warte, ich seh ihn, mate. Wieso läufst du denn nicht, Mann? Atze, du musst in die Zone. Weil er mich noch kehren will, weil ich kehrengeil war. Deswegen. Ich bin übrigens One-Shot, also. Jetzt ist er tot, Mann. Ich glaub... Jetzt ist ein Stein und heil dich. Ja, ist noch nicht drin, leider. Ich glaub schon, oder? Nee, der ist nicht drin. Ich hab nur noch zwei Alive, Bro. Nice, nice. Boost mich mal. Obwohl, ich hab zehn Booster, zehn Energies. Willst du ein paar? Nee, nee, passt. Ich bin auch voll. Acht Grenades, neun Grenades. Sag ich mal, da noch unten in die Zone. Unten, ja. Ah, bin ich, ja? Irgendwo. Ist du ihn? Nee. Der ist relativ weit hinten. Der muss... Ah, unten am Stein, glaub ich. Nee. Da ist zumindest ein brennendes Bike. 340, ja. Die sind auf jeden Fall schon in der Zone. Ja, ja. Ich push schon mal weiter links hin. Geh mal links, ja, ja. Geht ist auch nicht, Alter. Wir müssen irgendwo am Zonenrand sein. Theoretisch haben wir die abgesplittet. Weil wenn beide da sind... Oh, das sind zwei Einzelne, ne? Ja. Weil die haben nur ein paar Bäume, die wir abchecken müssen. Theoretisch. Ich kann ihn schießen, aber ich seh ihn nicht. Ja, ich auch nicht. Der ist hier unten close, glaub ich. Ist irgendwo bei den Steinen, aber den Bäumen. Dave Call. Ich glaube, das sind eher zwei Einzelne, sonst würde der nicht... Irgendwo bei den Bäumen, ich seh ihn nicht. Links ist einer, Norden, ganz weit hinten. An dem Stein oder an dem Baum? Äh, Baum. Sehr, sehr weit hinten. Orangener Baum, glaub ich jetzt. Der hat eine AWM, Vorsicht, Vorsicht. Ich seh den einen Dude einfach nicht. Der, was auf mich ständig schießt, ich seh ihn nicht. Okay, das war kein Headshot, lol. Schau mal, dass die Zone für uns ist, Bro. Ist der unten an dem Baum, genau nördlich von uns? Die sind beide am Baum, ja. Die sind beide ungefähr hier so. Bei der orangene Markierung jetzt. Aber pass auf, der eine hat eine AWM. Okay, okay. Ach, Zone. Ach, die Zone, Mann. So keine Mist. Okay, einer ist ausgenutzt. Ich muss mich heilen. Danke, Mann. Hast du Smogs oder so? Nein, gar nichts, Bro. Ich hab keine Weste auch mehr. Dann push ich links und du rechts. Machen wir so ein Split. Warte, ich hab ihn gleich. Hat Hit. Sehr gut, ich push weiter links. Nochmal Hit. Ah, nice. Zwei Hits schluckt aber nicht nochmal. Hey, was da los, Mann? Zweiter Win in the Row. Zuerst neue Map, dein alte Map. Wie viele Killspoon? Zehn. Ich auch zehn, Mann. Ich bin der King of the Sun. Alter. Oh, the jungle VIP. I beached the top and had to stop and that's what's bothering me. Ich bin der King of the Sun. 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 Ich bin der King of the Sun.